Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Also, erste Halbzeit war ausgeglichen, finde ich. Inter war stark, aber es war ein ausgeglichenes Spiel. Und zweite Halbzeit nach dem 1-0 haben wir dann übernommen und haben dann das 2-0 gemacht. Danach kam nächstes Mal von Inter. Und deswegen ein fairer Sieg, also verdienter Sieg, sage ich mal. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mal hat er es im Griff, mal nicht. Ich habe die Aktion nicht mal richtig mitbekommen, wo ich das Tor gemacht habe. Und dann abseits irgendwie habe ich nicht richtig mitbekommen. Auf jeden Fall haben wir 2-0 geführt. Der Rest ist eigentlich relativ egal. So wie jedes Spiel bis jetzt. Zwölf Spiele, 13 jetzt mittlerweile ohne Niederlage und ohne Punktverlust. Also, so geht es weiter, denke ich mal. Ja, also erstmal in die Landesliga und dann erstmal oben mitmischen, denke ich mal. Und je nachdem, wie sich das dann ergibt. Tschüss Alltag. Hallo Freiheit. Wollen wir ans Meer? Oder in die Berge? Hauptsache, Sternenhimmel zum Einschlafen. Und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir. Zum Discounterpreis.